so leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren wifi battle in pokémon oras aber nicht allein heute sondern mit einem anderen typen mit dem ich schon ein paar nächte verbracht habe bin habe ich ja den max alles klar so auf jeden fall wir lassen den kampf jetzt beginnen weiß ich nicht ob wir es tun ich gehe mal davon aus dass wir es tun so wie es öfter getan haben alter pixi dabei direkt fokussend erst mal ey du fokuss mich immer ja ok das stimmt auch so alter hat smedbo dabei das gibt style punkte digga smedbo fickt euch alle ähm scheiße alter wasser scheiße ich weiß nicht du wirst eh mit forst lk anfangen also warum sollte ich mit forst lk anfangen jetzt habe ich nicht mit forst lk anfangen um screens raus zu bringen forst lk legt doch keine screens das macht herseits oder tarnsteine das sind herseits genau aber auf meinem forst lk habe ich die screens drauf ich nicht so und ich habe sogar die richtige musik drin wer hätte es gedacht ich nicht so welcher habe ich denn drin weiß ich nicht ok ich habe das senior battle du nachmacher alter nee das stimmt gar nicht ich habe das erste achso vielleicht das ist rasiert das gegen den strich alter im polio ähm das gefällt mir gar nicht ne mir auch nicht warum ich weiß nicht achso ne einfach nur so einfach nur so einfach nur so ok wenn jetzt das reinkommt was ich ok es kommt nicht das rein was ich denke die sind ein bisschen scheiße aber die kann ich wegschmecken du hast auflockern drauf ne ne joo klar ähm klar ich glaube ich glaube ich tue das aber ich bin mir nicht sicher ob ich das tue alter 410 wow 2400 alles ausgeblütete ahja grasse scheiße ha du bist fast ohne die sicher ja man ich mach dich voll kaputt ja das ist schon richtig nice 40 Siege in Folge aber ich weiß nicht was ich jetzt gegen dein Dingenskirchner machen soll gegen Charizard ja tja charizard fast du gehst das hundertprozentig für auflockern ja genau wer hätt's gedacht ich hätt's echt nicht gedacht tja nicht für auflockern gehen musst du wohl wieder Tarnsteine legen ne muss nicht sein muss nicht sein das glaube ich dir nicht alles klar alles klar ne du ich verpiss mich mal raus ich hab kein bock mehr ich weiß dass du bestimmt in dein schummel-komisches-feuer-chandle-wording gegangen bist nein hanswurst wer ist hanswurst ah das ist hanswurst hallo hanswurst hallo hallo alter wie einfach glurak y ist hex glurak kann kein glurak kann kein auflockern alter das ne das glaube ich jetzt nicht das ist jetzt ja doch ja solange strahl ist klar ja für den Fall dass du chat in Ruhe gegangen wärst alles klar ja warm oh ist der schön da hau ich grad noch den zweiten raus oh warum sag ich das weiß ich nicht warum du es sagst sag es mir warum du es sagst ja das ist gerade gewesen vielleicht mach ich jetzt auch nicht und geh für Flammburf oder ich geh für Feuersturm oder ich geh für Finsteraura wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß vielleicht kann das auch gar nicht Finsteraura erlernen und ich laber nur scheiße irgendwie glaub ich spiel nicht tja jetzt bist du verwirrt ne jetzt bin ich grad richtig am Arsch alter tja das ding fick dich grad mit mir ich weiß kann das glurak Finsteraura du musst du schnell googeln PokiWiki komm rein der geht nicht krass ich will mal gern wissen ich überblick immer wie viele Linkämpfe ich gemacht hab ich glaub 500 noch was aber ich bin mir nicht sicher ne 360 achso siehste auf X und Y hab ich auch Hammerfehler gehabt 2 und die Sonder ist immer noch draußen sie steht am Himmel 2 3 2 2 ah ich würde meinen Pokimonic immer nicht opfern lassen so ne scheiße du hast mich grad in den Zwicknummer gebrannt in den Zwicknummern in den Zwicknummern leh es gibt einen ganz einfachen Switch der könnte ziemlich viel bei dem machen alles klar du weißt dass du du übersiehst ach scheiß drauf draufgeschissen ganz ehrlich und warst der Richtige das ist dein richtiges Fittchen wuuu never achso ne ja das macht überhaupt gar nichts sollte kein Damage machen das macht überhaupt nichts ok siehst du fast gar nichts ne überhaupt nicht ne ist ja nicht so als wär das irgendwie sehr effektiv oder so das war nicht überall sehr effektiv das war nicht sehr effektiv ich weiß Ironie meine Güte Entschuldigung deine Ironie war halt falsch angesetzt egal ist halt ein Polion da kann man nichts machen f*** ich mit einem Komprimator ja 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 und jetzt wird die Polion so einen kleinen Raven in der hinten gehen alles klar ja wow wir einfach f*** ich auch ein liebes im Polion unglaublich ey aber das ist auch sowas von egal ja warum ist das egal das glaube ich nicht ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht tja ich glaube jetzt hast du echt nichts mehr gegen Kuma hm welch bin ich tatsächlich ah ok dann bin ich mir nicht sicher ich will ja nicht sagen aber ich glaube Hanslos geht jetzt auch sterben ne das glaube ich eher nicht oder ich weiß es nicht ha wollen wir mal sehen wie einfach schneller ist ey wie einfach schneller ist ey welches Alter werde ich da mit drauf haben Barschall ne Digger die Friedrichsluvera Ironie man haha ha 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 das war ich für dich scheiße ja gut hast du bitte roll Pokémon dann kann ich mit der Barsch derkertfache juhu so schicken wir mal hier hopp los das ist ein richtiger Switch das ist ein richtiger Switch 15 Punkte OMG was habe ich getan ich weiß nicht was du getan hast äh ich glaube ich glaube ich habe Fehler gemacht man ja das glaube ich wenn du ins Feuerpunch hast dann bist du ganz geil aber du hast einen Abschlag gedrückt und bist noch weiter meide der Beulennhelm was spielt man sonst noch warum warum nicht einfach mal so um Damage zu treffen hopp bam Boah Digga, weißt du was jetzt tun werdet? Nein, weiß ich nicht. Doch, du weißt es. EXPLOSION NIEIN Komm, freeze! Schade. Ey, du... Never. Ey, 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 lebst du denn? Ey, du... Never. Ehh... 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 Das glaub ich alles nicht. Das kann einfach nicht sein scheiß Ernst an. Er legt einfach die Tarnsteine. Dann zwitt ich da raus. Was für ein Rebell. Fuck, Alter. Ich muss so hart auf Klone. Pech gehabt. Ich mach das nicht zu Ende hier. Scheiße. Wisst du, was du jetzt fett in die Fresse bekommst? Nee. Du kriegst jetzt mal fett mein Feuersturm in dein Face, Alter. Was? Und du hast einfach keine Switches mehr, ne? Ja, hab ich. Na, wen? Sag ich's nicht. Das... das... Sag ich nicht. Sag ich nicht. Sag das einfach. Alter, ich glaub ich geh jetzt so richtig professionell in der Dings auf Klo, Alter. In der Aufnahme. Ja, genau. Mach das ruhig. Mach das ruhig. Ja, mach das ruhig. Ey... aja... Es ist nicht so, als hätte ich jetzt mit ein besseres zu tun oder so, nein im Gegenteil. ... Nein! Ganz im Gegenteil. Ah mein Gott, die scheiß Thornsteine, die Regen hat schon ein bisschen auf, er geht einfach mitten nochmal aus. Kann man machen, kann man machen. Hat er den DS mitgenommen? Ich glaube ja. So, jetzt ist mir die Frage, wer ist schneller, Klubak oder Fernontor? Ich glaube Klubak ist schneller. Ja, da kommt der Flammenbruch und das Holzfeld nicht überleben. Nope, das wird es nicht. Ja, genau. Wie er einfach den Gold bekommt, ist klar, logisch. Ich habe ja sowieso nichts besseres zu tun. Ja, ich glaube wir haben den Kampf verloren, weil ich habe nur noch Feuerschwächen im Team. War ein bisschen unvorbereitet, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber so ist nun mal das Leben, da kannst du nun mal nichts dran machen. Ich hoffe, da kommt der nächste Flammenbruch. Ich habe aber auch ganz große Feuerschwächen im Team, also... Kann man halt so sagen. Muss man aber nicht. Alter, diese scheiß Thornsteine, die Regen halten manchmal schon mal gut. Ich glaube, ich habe jetzt einen Mistklick gemacht, aber ist ja egal, denn wir haben sowieso verloren. Jo, das würde ich mal sagen, war es dann wohl mit meinem Team und seinem Klurak. Ähm, kann man mal machen. Kann man machen. Aber ich hatte auch enorm viele Feuerschwächen im Team. Ich habe zwar auch nicht damit gerechnet, dass er ausgerechnet Klurak mit ins Team nimmt, ja. Ähm, kann man mal machen, kann man mal machen. Ähm, ob so die weise Entscheidung war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es daraus auch mal heute wieder von einem weiteren Wifi-Battle. Der liebe Max hängt immer noch auf der Toilette rum, warum auch immer. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder zu einem weiteren Wifi-Battle. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.